Johannes, toll, dass du da bist. Kannst du mir kurz helfen? Ja, natürlich. Was hast du denn? Irgendwie haben wir Probleme mit der Feststellbremse. Im Display zeige ich dir auch einen Fehler an. Kannst du gleich mal aktivieren und ich gucke mal. Super. Feststellbremse anziehen. Ja, sie ist hier gut. Ich gucke mal auf der rechten Seite. Hey, hast du wirklich aktiviert? Hier ist ja noch total lose. Dann müssen wir mal gucken mit dem Tester. Kannst du das eben machen? Ich fahre den mal hoch und gucke schon mal von unten. Ja, wie wir sehen, haben wir hier zwei Fehler. Einmal Feststellbremsen, Stellmotor rechts. Und die Fehlerbeschreibung ist Funktionseinschränkungssignal unplausibel. Also da wird irgendwas im Argen sein. So, ich nehme das Rad jetzt mal eben ab. Jetzt habe ich die zwei Schrauben, habe ihn losgenommen. Mal gucken, ob er auch irgendwie angerostet ist. Oh nee, der ist schon fast lose. Ich ziehe ihn mal raus. Jetzt ist ein bisschen Fummelei wegen dem Stecker. Können wir am besten so rüberziehen hier. Und dann von hier den Stecker lösen. So, hier haben wir den Stellmotor. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, warum der, ich vermute mal, der ist durch Feuchtigkeit, die dort eingedrungen ist, hat der Motor sich hier drinnen festgesetzt. Hier haben wir den neuen Stellmotor von FEMO. Den packe ich jetzt mal aus und dann vergleiche ich mit dem alten, ob der identisch ist. Was mir jetzt schon gleich auffällt an dieser hier, hier fehlt die Dichtung, die wir bei uns im Paket dabei haben. Mit zwei neuen Schrauben. So, jetzt habe ich hier, man sieht es, die neue Dichtung schon mal reingesetzt, damit das alles sauber abgedichtet wird und kann relativ einfach jetzt den Stellmotor hier reinsetzen. Und muss ihn dann eben mit der Schraube fixieren. Jetzt haben wir den neuen Stellmotor montiert. Wichtig ist, die zwei Schrauben, das muss gleichmäßig angezogen sein. Johannes, kannst du da mal im Tester gucken, ob alles in Ordnung ist? Denk dran, wir müssen dann die Grundeinstellung vorher machen. Nachdem wir den Fehlerspeicher gelöscht haben, das neue Teil eingebaut haben, müssen wir zunächst über den Tester die Grundeinstellung vornehmen. Das machen wir jetzt. So, wir haben jetzt gehört, dass die Bremse einmal anzieht und sich wieder löst. Damit haben wir jetzt die Feststellbremse eingestellt. Hier können wir euch noch mal zeigen, wie dieser Motor funktioniert. Wir haben ihn einfach mal mit 12 Volt angesteuert. Kannst du mir kurz helfen? Die Feststellbremse noch mal anziehen, dann kann ich prüfen, ob alles in Ordnung ist. Jetzt ist sie ja noch los, jetzt ziehst du mal an. Ja, ist fest, wie es vorhin schon mal war. Jetzt gucke ich mal auf der anderen Seite. Ja, bombenfest. Mach es noch mal los. Und los. Ja, super. Mensch, Johannes, hat alles klasse funktioniert. Die Bremse sitzt fest, löst sich auch wieder. Super. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, schickt uns einen Daumen hoch, das ist super. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!